In Kleinstschritten die Übungen. Zwei. Besteht aus Schubzug. Dritter. Vierter. Besteht aus Zugschub. Von vorne. Erste zwei. Drei. Vier. Eins. Drei. Vier. Hölf. Fingersatz. Fingersatz. Das muss federn. Bei der letzten Speck ist weg. Fingersatz. Fingersatz. Da kannst du die Postlauferanode vorsetzen. Zweiter Teil. Erste Übung. Fingersatz. 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 Tiこれ. Da Musik So, mit den Geschwister Thaler fangen sie jetzt unten als gute Übung in der Tiefenlage an. Musik 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 Untertitelung. BR 2018